Der Computer wollte ja anfangs meine SSD gar nicht haben. Hat er gesagt, nö, die erkenne ich mir einfach mal nicht und gut. Musste ich dann ein BIOS-Update machen. Okay. Und dann ging's. Gut, dann gehen wir mal rein. Ich hatte mich vorher halb tot gesucht, was es sein könnte. My senses have picked up something. So, dann gucken wir mal. Wo ist es? Da. Wenn ich zu sehen, dann gehen wir mal los. Uhhh, boah, 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 boah. Oh. Mann, 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 Mann. Ja, okay. Wo? Da ist noch einer mehr, ich weiß es. Ich weiß es ganz genau. Ich hör dich, ich zieh dich. Letztes Mal waren es auch zwei. So, jetzt haben wir alle weg. Alle Römer weg hier. Sieht so aus. Früher oder später kriegen wir euch. Na? Was? Oh, meinst du... Zum Glück, ich bin nicht gebrochen. Ich dachte mir schon. So. Genau. Na, 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 na. Genau. Na, 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 na. Wo ist er denn? Okay, diese Richtung. Ist keiner? Was kriegen wir hier noch mit? Nur Papier. Mist und ein bisschen Buch okay. Da steht doch einer um die Ecke. Mensch du, springt die aus der anderen Ecke raus, die blöde Kuh. Mann doch. Ja, ich sag doch, du denkst da nichts Böses, ne? Nee, und dann hast du so weit. Ja, dann springen sie mir in den Nacken. Ui, Freunde. Und hat die Tante schon wieder Hunger? Das gibt's doch nicht. Sag mal. Oh ja, kommst du denn her? Puh. Du auch noch? Hätten Kopf verloren. Huch mein Gott. Aber das kann weg. So. Okay, die nächste Kiste ist da hinten. Komm da hin. Ach ja, so. Guck mal, wie wir da hinkommen jetzt ab. Oh. Nochmal den Bauplan gefunden. Fahrzeug Reservet Hamburg, glaubst du es ja nicht. Ja, das ist aber jedes Mal so. Wenn du jetzt das Zeug hast, dann kommt es auf einmal angeflogen wie nix. Ja. Dann findest du auf einmal sämtliche Sachen. Mhm. Oh Mist. Ist der auch Stahl? Wir haben heute 40 neue Leute gemacht. Überleb' mal. 40 neue? Ja. Damals. Alle sprechen nur Spanisch. Das ist ja... Ich versteh nur Spanisch. Ich versteh nur auf dem Sinn des Wortes. Brett anhalten. Ist egal, wie langsam man ist. Freunde, 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 Freunde. Moin, das muss die Karre auch ein Knambutt sein. Warum? Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Ich muss raus. Oh, da, hier. Sprich! Sprich! Das ist so, wenn du im Haus drin bist, kommst du nicht weg. Los, mach, 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 mach. Reparier, reparier, reparier. Schnell, 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 schnell. Komm her, ich loschen. Hast du sie gekriegt? Ja, ich bin dabei. Master, we are not alone. We are not alone. Das ist gut, dass du saß. Oh, ich glaube, ich muss meine Drohne mal reparieren. Die hat ein paar Schüsse abgekommen. Wie geht's denn denn so? Friendly Fire, oder? Ja, die Drohne kriegt auch so ein bisschen Futter ab. Ja, ja, aber hast du die abgeschossen für die? Na, ich. Oh, warte, da war noch was drin. Ach, ein Döschen. So. Hier, warte, hab ich nichts mehr drin. Ich glaube, hier war nichts. Oder? Das noch mit. Da ist nichts drin. Auch nicht. Hier oben war noch was. Na? So. Ein Glas. Ich hab ein Glas gewonnen. Warte mal, hier oben war es. So. Ach, warte mal, so. Finden wir was tolles? Was haben wir hier denn gefunden? AK. 47. Maschinengewehr. Mit zweier. Auch alles, wo wir es jetzt schon haben, ne? Ja, das ist gut, ne? Aber wir können die ja schön auseinandernehmen. Das haben wir wenigstens für, ähm, später wird Besseres. Ach, nein, ich hab keine Tiere hier mit. Nein! Mendo. Naja. Pickern wir die eben auf. Okay, gut, ich mach das hier mal weg. Auch eine 1.8 habe ich auch gerade einstecken, sehe ich. Motorrad, wo bist du? Wo ist denn die Christ mit dem Händler? Wenn wir nicht dahin. Wo ist denn die? Ja. Was bin ich da denn dran? Halt, nein. Ach, hier unten. Ach, es passt nichts mehr rein. Wo ist es denn? Welche Richtung da lang? Dann fangen wir einfach mal das Stückchen weiter hier. Rede mit dem Händler. Na, dann machen wir. Was ist mein Moped denn? So, hier stehen noch ein paar Autos rum, die wollen auch nochmal. Okay, nehme ich gleich auseinander. Ich verliere alles. Das ist nicht gut. Nicht gut. Nicht. Ach, ja. Komm zu Fatty. Los. Los. Ich kann ja alles gebrauchen, sonst halt auch nicht. Ja, ja. Eben. Oh, ich bin hungrig. Wut. Ähm. Warte mal, brauche ich noch ein bisschen Holz? Holz brauche ich auch noch. Oh, ja. Hier ist für mein Holz. Hallo, Halsi. Äh, da. Ach, ja. Baum fällt. So. Kommen wir mal hin. Was kommt? Ach, guck mal. Mal gucken. Hallo, Wienchen. Habe ich schon markiert, okay. Ach, wie schön. Hopp. Hm, okay. Das haben wir auch. Der Baum will nicht umfallen. Böser Baum. Böser Baum. Böser Baum. Der fällt. Böser Baum. Hm. Der will nicht so richtig. Nicht? Nee. Der will nicht. Ja, der will nicht. Hm. Der auch nicht. Hallo? Was ist mit euch los hier? Hä? Der will auch nicht. Der auch nicht. Oh. Ich bin nach hier, wo ich bin. Jupp. Okay, der ist weg. Gut. Na, wenigstens was. Ah, die stehen auch so unheimlich dicht hier. Hm. Die halten sich gegenseitig, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Hm. Komisch. Na ja, gut. Jetzt muss ich mal was gucken. Hm. Ja, jetzt muss ich mal was gucken. Weil, äh, ich brauche Fett zum Kochen. Ich habe kein Fett mehr. Ach. Hm. Muss ich mir alle mal einmal zur Fettabsaugung gehen oder so? Hm. Hm. Vielleicht hilft das ja. Ja, wäre eine Idee. Ich habe übrigens so, äh, 99.000 Euro auf rote Bumbo gesammelt. Ist das so komisch? Ich habe gehört, dass da jemand hier unbedingt Farbe braucht. Oh, das stimmt ja nicht. Oh, halt mal. Oh. Das ist, bei mir ruckelt es wie Hölle. Ich weiß nicht warum. Im Stream ist es auch bei dir allgemein. Bei mir im Spiel ist es ein bisschen voll Panne. Bei mir habe ich immer das Problem, dass es hier beim Stream dann hier ruckelt. Bis hin zum Stillstand. Aber im Spiel selber läuft. Okay. Ne, das ruckelt wie Hölle hier. Ich weiß nicht warum. Jetzt geht es mal wieder, dann geht es mal wieder nicht. Merkwürdig. Ja. Endlich ist doch mal jemand bei jemand anderem, nicht mehr bei mir. Haffene Huß. Erstmal auspacken. Ja, nicht Quatsch zum Händler. Wo ist denn der? Oh Mist. Da, wo ich bin. Komm, ist ein bisschen schlechter. Mach auch das Ding. Jetzt waren die Bäume weg. Ganz komisch. Und jetzt fährst du und fährst du und fährst du und verbrauchst keinen Sprit. Wirklich gefällt mir. Ja, unbedingt. Der Motor, das ist ja nicht so dramatisch. Aber beim Hubschrauber schon. Da liegt ein Moped rum. Cool. Zwei. Ihr seid ja ganz schön weit weg. Nein. Ich gucke mal, ob der Messias noch wieder hat oder so. Der ist auch schon nie, natürlich. Aber nö. Aber ja, aber nein, aber nein, aber ja. Hast du ihn gehaaa? Nein, nein, nein. Oh, heilaboll. Ach nee. Was? Nö, nö. Äh, hier. Sie da. Das da. Was? Was denn? Die wappelt mich da voll, die hört überhaupt nicht mehr auf. Was war das? Die wappelt mich da voll, die hört nicht mehr auf. Echt nicht? Die wappelt mich da voll. Die hat einen die Tür aufgelassen. Wer macht denn sowas? Also ehrlich, du, also. Das war dieser rosane Farbe hier. Keine Ahnung, wen du meinst. Nee, wen? Komm, schlafen wir drauf. Eben. Hm. Was machen wir denn da? Das war's. Das war's. Hier. 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 Hm, man seh schon daran, dass hier noch ein Messingwasser reinhinkt. Den lassen wir ja nicht liegen. Ach, die Bücherei. Ich soll die Bücherei ausnehmen. Ich glaub das ja nicht. Gut. Da kann man die ernten. Ach, wo wohnen wir denn eigentlich? Da drüben, ne? Ich bin mit Wolfer verhandelt. Hä? Der Keller ist gelootet? Aber der Rest im Haus nicht. Da weiß einer, wo die guten Sachen sind. Aber wieso gelootet man den dann nur das halbe Haus? Ähm. So ist nicht richtig in die Richtung. Sasam, öffne dich, komm. Der ist gelootet. Öffne dich, hallo. Hallo? Ein Geschoss war nicht gelootet, aber der Keller war gelootet. Okay. So. Alles raus. Das und das bleibt drin. Das war's. Gut. So. Und zurück. Teil hier. Ach, wie schön. So. Aber die Folge ist durch. Beim Auseinanderteilen braucht ihr nicht zugucken. Da sagen wir doch mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüss. Tschüss. Tschüss.